servus glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen folge mit dabei die flucht ich hab hier gerade einfach mal so ein paar autos gedudelt und dann bricht auf einmal die hölle los hier die nächsten um die ecke ich weiß auch nicht wie gerade die phase ist ich glaube das ist ein renderer da vorne so ich habe aber auch gerade nur schnelle hinter mir hierfür brauchst du noch bescheid ja ich weiß nicht warum ich hier viel schnelle hinter mir habe ich hoffe doch schon gern geschehen gern geschehen habe ich gesagt gern geschehen ja hier kam gerade einer zu mir von deinen ja ich habe schon drei Pfeile in der Brust gehabt weiß nicht was er von mir wollte mal gucken was es so gibt alter schwede können wir jetzt endlich in die U-Bahn oder was ja ich hoffe es dass ich da du hältst hier den ganzen verkehr auf ja ich suche auch eigentlich meine Pfeile und die mach doch einfach neu das ist ja nicht so schwer ey du bist gerade echt ruckelig bei mir ja bei mir auch zu früh gelobt gerade ja ich sag mal das ist halt wegen den Gebäuden und so das ist einfach weil wir zwei Millionen Zombies sind nur unter uns jetzt muss ich kurz überlegen da war meine alte nee ist das das wo ich meine Base da oben hatte ja dann müssen wir irgendwo hier rum und dann links glaube ich weil direkt auf der Kreuzung ja es gibt ja mehrere Gänge nach unten wenn das so schrankt mir was also der kürzeste Weg will mir einfach am liebsten was bist du denn? die Olle schießt dir einen scheiß Pfeil ins Knie alter und mir gehst du auf Nüsse oder was? na klar trifft er alle Junge Junge ich weiß nicht was die von dir wollen ja komm her bist du fertig in der Birne? er lutscht mich hier aus ich brech ab geh weg du alter Saugei Hilfe 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 Danke schön Junge Junge ey hab ich jetzt einen Knutschfleck am Hals? ich will meinen komischen Typen schon vernichten ich will keine ich will ich will Warum ist der denn zweimal einer auf dem Kopf hauen? Weil es geht. Ja! Wie viel Essen hast du noch bis wir wieder da sind? Null! Ja. Ja. Weil es geht, Alter. Unglaublich. Ich habe ja noch Heidelbeeren. Aber vielleicht kommt hier noch der Fleischer. Mh, 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 mh. Mal, komm mal her, geh dann hier runter, Alter. Ich habe ja gesagt, einfach die alle mal wegzumachen. Und nach dem Funde lutschen, Lilli da. Ja, solltest du sie jetzt nicht hier zwischenstellen? Ja, ich hatte schon abgebremst gehabt. Aber dadurch, dass das Lilli ist, ist sie noch ein paar Zentimeter weit gelaufen. Ich kann sie mal sparen. Dicker, wo willst du hin, Alter? Schlimm. Junge, Junge, Alter. Oh, wie Wölbi. Nur mal eben kurz, Alter. Jetzt gehört sie Herr. Ja. Woah. Goldschutfeuer. Hat schon wieder angesetzt gehabt, ey. Er macht halt manchmal einfach gar nichts. Junge, Junge, Junge. Hölle auf Erden hier. Können wir jetzt endlich in diese scheiße U-Bahn? Ja, von mir aus. Die ist hier noch nicht. Finger weg. Ich glaube, wir müssen weiter in die Mitte rein, da ist das Hospital rechts. Irgendwo wo die Kirche ist, da ist doch ein Gang nach unten. Eine kleine Kapelle oder was? Wir sind hier weiter. Okay, ich bin auf dem Weg. Mal hier ein bisschen am Rand mal lang gehen, da sollen die ganzen scheiß Viecher ziehen. Laufen einfach alle. Ist hier keine zwei Meter weit. Ich finde den Radius, in dem sie dich triggern, ist schon ein anderer geworden. Ich weiß nicht, ob die das geändert haben. Eigentlich haben sie nur auf Legendary haben sie das geändert. Okay. Oh, da steht ja vielleicht schon. Ja, lass den mal stehen. Das ist mal hier hinten runter. Ja, die kommen uns eh alle hinterher. Wir müssen jetzt hier oben essen mal ein bisschen. Alter. Na komm, wir gehen runter. Warte mal, soll ich die, ich ziehe die mal? Dann kannst du, oh Gott, oh. Dann kannst du immer die Falle aufbauen. Dann gehe ich mit den Spazieren hier. Servus. Okay, ganz runter rum. Okay. Na super. Der erste ist schon mal durchgelaufen. Alter, du siehst halt nichts hier, ey. Junge, Junge. Das wird richtig nervig. Könnt ihr mich mal? Loslassen. Danke. Hu 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 hu. Weiß doch nicht, was du da hingehst. Ich musste mal eben was essen. Ja, das kannst du auch wieder auf uns machen. Alter. Achtung, Fleischer. Ja, ich nehm den mal mit. Ich lauf hier mal wieder hoch. Vielleicht kann ich noch ein paar zerhacken. Nicht zua. Nasıl professions ein bisschen nicht so ist? W tonine können weiß ich nicht so sind. No? Ja. Na, schufer. Was er einfach aushält, Alter. 200 Schuss ist so viel. Ja, hier der weiße aber auch. Ja, der hat ja genauso viel aus. So, der Fleischer soll jedenfalls down. Ja, hier ist auch alles down, glaube ich. Ich glaube ich zumindest. Reparier mal irgendwie die Fallen durch. Was kommst du denn jetzt her, du dumme Otze, Alter? Ich glaube, das war's hier erstmal. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ey. Ich kann ja mal den Filter ausmachen, aber hier unten ist dunkel wie im Arsch, Alter. Gut, wir müssen auf jeden Fall hier rein, links rum, darunter, dann wieder links. Ja, alles klar. Ich hab mich hier noch nie durchgepackt. Weiß nicht, wie das funktioniert. Durchpacken, dann müssen wir uns einfach drüberklettern. Okay. Wir können die erstmal anschießen, dass sie hier hinkommen. Jetzt müssen wir uns die auf dem Gleis. Idiot. Na, irgendwo kommt sie durch, ey. Ha! Ich kenn mich mit so einem Cheap-Mechanik nicht aus, ey. Oh, das Schie, das ist einfach drüber springen. Ja, war ne olle Wille aber nicht. Die können wir eigentlich alle stehen lassen. Alter, hier stehen so zwei Milliarden Viecher, ey. Stell erstmal ne Falle hin. Ey, jetzt mal ernsthaft. Du musst halt hier auf den Kasten springen hier, der neben der Tür ist, und dann kannst du hier rein. Oh, ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Hast du das irgendwie schon geskillt, oder was? Das ist kein Tarkov. Nur ein Spring-Skill, Stärke. Ist doch cool, lass dir Zeit. Ich mach erstmal hier schon mal vorne weg. Quatsch, schon nicht. Oh, hast du endlich geschafft, oder was? Sieht so aus. Wie die immer so ne Yoga-Fibur machen, ey. Oh, alte. Na, ich muss nicht nach rechts, ne. Da steht es bei mir. Ich hab schon geblickt. Sehr gut, ey. Sehr gut. Take doch all und nicht operieren, Alter. Weißen wir doch jetzt eh ab. Na, 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 na Sneakiel! Sneakiel! Ja klar rennst du durch, Alter. Da-da-da-da-da-da-da! Ja komm! Wir müssen jetzt erstmal... Wir lassen die hier stehen und ziehen die erstmal alle hier hin. Wie weißt du? Nicht um die Ecke, da stehen. Warte, ich renne mal einmal rein. Tja, hallo! Moin, was geht ab? Lacht das nicht hier irgendwo, da liegt's. Geil. Ja, da stehst du schlecht. Das war's. Ne, du hast dich schon wieder eingesammelt, ne? Ne, ich hab nichts eingesammelt. Ne? Guten Tag. Anger nach dem anderen bitte. Kannst du das mal sein, Pfeife? So, kannst du entweder dahinter stehen bleiben, oder... Ich stell mich da hin und du ziehst sie. Ne, gut, ich bleib hier stehen. Ich dachte anhand deiner Reaktion, dass ich da hinlaufen kann, um das eben einzusammeln. Dass man die vielleicht gar nicht alle ziehen muss. Ja, muss er auch nicht, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir übrigens immer... Wieso laufen die denn jetzt alle durch? Sind die doof? Entscheide. Ja. Ja. Der Air läuft ruhig und ich krieg's wieder ab, ey. Können wir uns alle mal im Kollektiv entspannen? Und ihr jetzt her? Aus Schlumpfhosen bitte sehr. Die, 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 die. Sind aber auch nicht mehr viele. Eieiei, das war knapp. Muss gar nicht erst zum Sprung ansetzen, Junge. Schlimm. Schlimm, Jim. So, jetzt können wir einsammeln. Ja, dann reparier halt. Schlimm, ne? Ein wenig. Ach, leck mal den Arsch, Alter. Steht echt nur eine fette hier. Lass ihn mal stehen. Wer macht hier so einen Larry jetzt gerade? Irgendeiner oben. Die, 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 die. Ja, es wäre natürlich mal interessant, hier unten alles wegzufräsen. Aber hier sind zwei Milliarden Viecher einfach. Ja, aber ich nehme wenigstens irgendeine andere Kiste hier mit. Hier vorne stand da auch noch eine. Ja, die habe ich auch schon eingesammelt. Ja. Da war halt Uni drin. Lass ich nicht stechen. Da ist auch noch eine nicht. Ja, da ist keiner. Da kannst du hingehen. Ich mag den Sneaken, Alter. Ja, hier haben wir alles weggemacht. Da ist keiner. Da stehen doch nur zwei auf dem Blei. Ja, aber die kommen doch nicht hoch. Das weiß ich doch nicht. Sicher ist sicher. Hänger in meinem Leben. Ja, siehst du schon, schreit der blöde Sack da. Jetzt geht es wieder los. Mal gucken, wie lang es dauert. Guck mal. Mal gucken. Ja, kann ich niemals was trinken oder was? Ja, du bist ein Mate, Alter. Ohne Scheiße. Ohne Witz. Ich hab nur drauf gewartet. Da singe deine dreckigen Lache, ey. Ja, dann Fick dich. Treffen wir uns zu Hause. Ja, ja. Du bist doch so ein Harter. Du kannst ja doch wegdenken. Das mache ich ja auch. Ach, herrlich. Komm her. So, das war's. Noch mal weg. Ist halt einfach manchmal zu laggy. Ja. Irgendeine Ausrede muss man ja haben. Oh! Ja, wir können auch einfach... Ja, genau. Komm mal zu mir. Einfach nach Hause laufen. Das ist so dämlich, ey. Ach, das ist auch. Weißt du, was ich glaube? Ja, wenn du einmal anfängst und da hinten... Lauf einfach nach Hause. Lauf doch einfach, ey. Ich weiß gar nicht, wo zu Hause ist. Ich würde sagen, da, wo diese Raute ist. Wo die Fahne steht. Ich kann nicht... Ach, du Whitey. Was? Ich glaube, da geht's gar nicht durch. Ja, was? Boah, wie so ein YouTube-Fan treffen, ey. Alter. Die City ist halt echt voll geballert. Malerweise muss hier jeder ein Katana haben. Stufe 9 und dann... Aber gut, man kann ja... Man kann ja weglaufen. Mittlerweile. Und zum Anfang ging das ja gar nicht. Ja, außer hier mein... Kollege, der... Ja, der... Der will mit nach Hause. Alter, brech bloß nicht ab, die Rotze. Meine Fresse, ey. Ich hab null Leben. Warum krieg ich denn jetzt auf die Fresse? Ja, weil du stehen bleibst. Ich bin hinter ihm hergelaufen. In dem Moment dreht er sich um. Junge, Junge, ey. Alleine der Weg nach Hause. Ey, er frisst er alles auf, was er dabei hast. Ist ja schlimm. Jetzt wird langsam nerviger wie Seven Days. Das ist alles schon was. Das ist wohl wahr. Gut, dass wir nicht noch mal rein müssen in die Stadt. Ich muss halt gerade mal gucken mit meiner Stamina. Stamina. Ich brauche mal nur anfutzen, dann falle ich um. Tja, also. Hast du dir etwa nicht genug Essen mitgenommen? Ja, alles, was da war. Ist doch ein paar Heidelbeeren. Hier, aber ich hab noch Essen. Warte mal. Alles isst du hier. Macht doch einfach. Ja, ich hab da einen Energieriegel gefunden. Ja, ess ihn doch. Liegt hinter dir. Ich hab doch noch Essen mit. Ja, aber ich hab noch Essen mit. Alles gut. Zeit, dass du das auch mal aufnimmst. Dann können wir hier mal Beweise sammeln. Was? Du hast ja gehört, dass ich jetzt gerade danach noch gegessen hab. Naja, so Heidelbeeren, die geben ja auch wahnsinnig viel. Ja, Mr. Wolf, Alter, wo bist er? Soll ich nochmal aufstehen, oder? Ach der Scheiße. Hinter dir kommt ein Zombie. Ja, ich hab ihn gerade schon gehört, aber. Oh mein Typ, ey. Ja, ja. Einmal Anfluss. Komm her. Ey. Geh geklaut. Tss. 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 Jut, Leute, wir sind am Ende einer Folge. Wir haben das Scheißding aus dieser Scheiß-U-Bahn da rausgeholt. Yay, High Five. Ja, es ging natürlich einfacher wie gedacht. Auch nur, weil wir wussten, wo es liegt. Das ist so. Wenn ich das halt schon mal gemacht habe. Jut, in diesem Sinne. Ähm. Daumen hoch, runter, wie auch immer. Kommentar. Glocke, Abo, was man so macht halt einfach. Ihr kennt das Spielchen. In diesem Sinne. Haut da rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.